Herzlich willkommen in meiner Firma Strasserei Oldorf. Ich habe hier einen Fuß von einem Trambolin und der ist rausgebrochen. Der ist komplett weg und den würde ich jetzt wieder reinschweißen. Eine Kundin hat mir das gebracht und das machen wir jetzt wieder heile und dann sollte das eigentlich dementsprechend auch funktionieren. Ja, der Bolzen ist wieder angeschweißt und die Schweißnetze behandle ich aber nicht. Die lasse ich so, denn ich möchte die da nicht unbedingt schwächen. Was der Kunde jetzt noch machen muss, ist vorsichtig erst mal mit probieren und immer mal wieder kontrollieren, ob der irgendwas ist. Also ich weiß nicht, warum der weggebrochen ist. Denn wenn der eigentlich steht, alle vier Beine, dann müsste das eigentlich in Ordnung sein. Ich denke mal, der hat irgendwo drauf gestanden. Leicht schräg und dann ist der benutzt worden und dann weggebrochen. Gut, auf alle Fälle ist das wieder dran. Da passiert nichts mehr. Aber wie gesagt, trotzdem eben, wenn man es benutzt, einmal beobachten, ob auch alles soweit in Ordnung ist oder ob da irgendwas dran passiert. Gut, das war es dann erstmal soweit von meiner Seite. Kleine Schlosserarbeiten, mal eben sowas fertig machen. Kein Problem. Dann kann ich das ja hier auch als alles wieder runternehmen. So, ja. Und dann kann der Kunde das dementsprechend dann wieder abholen.